Moin moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück. Jetzt sind wir in Japan mit dem Virus. Hallöchen, Freunde des Geil YouTube Sports. Willkommen in Japan. Ja, wollen wir auch mal direkt mal starten auf dem Suzuka. Satsiki. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie der weiter ist. Scheiße, egal. Suzuka Speedway oder wie so. Ich weiß es nicht mehr genau. Schande über mich. Ei auf. Weißt ja schon, okay, dann kommt ab dafür. Ei, und es regnet. Ei, und in Strömen. Ei. Und schon wieder blaue Reifen trainiert. Das ist ja in Strömen. Deswegen nochmal Wetter fehlen. Also Training, Regen. Wer hätte das gedacht? Qualifying, Sonne. Und Rennen. Und Rennen bewölkt. Alles klar, dann nehmen wir doch das Training gerne im Regen. Ne, Suzuka International Racing Course. Alles klar. Ja, aber Speedway, das passt eher in die Staaten rein, ne? Mit ihren Drexter-Karren und so. Ja, ne, ist eigentlich nur eine Umschreibung. Ne, Boxengasse zieht sich wieder. Ne, ne, ne. So, und mit welchen Dings fahr ich denn normale Einstellungen am besten? Und das restliche Wochenende. Pass bei den Reifen auf, die du später noch haben willst. Lass es anfangs ruhig angehen, die Strecke zu lassen. Aber bei der Strecke ist das natürlich jetzt mit Regenreifen echt tricky. Gut, dass es nur das Training ist. Alter, ist das am Schütten. Kennen wir irgendwo her? Also, dass es in Training so geschützt ist, hat man auch noch nicht so oft wohl. Ja, Daniel, stimmt, danke, ich weiß. Ja, ich kann dir nicht antworten, weil ich mich gerade konzentriere auf die Kurve, weil ich... War gerade echt tricky. Die Boxenausfahrt ist aber echt einfach. Ja, da ist der Kopf an die Stelle auch gleich, da geht das Schlangenlinie-mäßig. Und da musst du echt... Deswegen habe ich gerade nichts gesagt, weil das war... Oh, alter Verwalter. Ja, im Regen ist das so eine Sache. Hier haben sie auch einen Riesenrad, guck an. Oh, 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 oh. Gut, nochmal gefangen. Alter, kommst du mal wieder... Uiuiui, jetzt war ich auf dem Gras. Nein, aber krieg dich sofort ein. Ja, die Asia-Wochen regnet es mal ein bisschen. Ja, das sind in Formel 1 die Asia-Wochen. Singapur, Malaysia, Japan. Ah, ich muss mich kratzen, so. Egal, ich muss sowieso bremsen hier. Ja, ist ja in und trägt. Ich wollte gerade sagen... Grimperlich, das ist die erste Runde, Alter. Bitte. Alter. Zieht sich, ne? Ungültige Runde. Ja, Mann, da fahre ich noch 30 Runden. Scheiße, Mann. Da ist diese eine Scheiß-Kurve vorm Ziel da, wo du da auf einmal voll hart abklinken musst. Hm. Hier kann man Stoff geben. Ich wollte schon sagen, gleich erstmal Reifen wechseln und dann Vollgas geben, aber hier... Geht das ja nicht. Oh, easy. Oh, 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 oh. Krieg dich ein. Easy peasy. Ah, die Strecke bei Regen, Alter, Zug, ist ja der letzte Müll. Mit der Strecke kannst du ja in Regen gar nicht warm werden. Das ist ja niemals ein weiter Unterschied. Ach, jetzt kann ich noch nicht mal Vollgas geben, weil ich hier Massa vor mir hab und noch jemanden. Alter. Massa und Alonso. Hör doch mal auf, denn nicht durchzudrehen, du Pispierne. Dann Fahrgescheid. Oh, Leute, mit... Hey, diese Strecke, die hat's, äh, die ist für Regen, ist die scheiße. Ja, besonders wenn der Sohn Alfonso vor die Ast, der hier wieder rumschleicht. Ja, kommt schon. Tritt durch hier. Puh. Ah, genau so wie Alonso. Ja, der geht mir voll auf den Sack, der macht mir meine Zeit kaputt. Ja doch, will ich wieder trotzdem mit dem Training gute Zeit fahren. Ach, komm schon. Ja, das wird auch nur so eine 13 oder beziehungsweise 12 Rundenstrecke oder sowas. Neh, ich mal an. Du kannst ja voll klicken, ey. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Jetzt wird die Straße nämlich voll. Hallo, Hülki. Mal gucken, hoffentlich ist die Boxeneinfahrt genauso geil wie die Boxenausfahrt. Dann habe ich hier nichts zu bemeckern. Ah, Mensch, halt doch mal die Schnauze. Mein Gott, ey. Das ist der eine oder der andere. Ja, kann man sich gar nicht konzentrieren. Jeff, halt die Schnauze, verdammt nochmal. Ein verdammter Dödel, ey. Ja, da vergeht diesen scheiß Schnatterbacken habe ich jetzt einen roten Spoiler vorneweg. Hümba, das liegt an dir, nicht an uns. Alles klar, Jeff. Oh, ich wäre jetzt sogar noch über eine Sekunde schneller, ey. Aber ich habe keinen Bock. Oh, komm rum. Ach, hier ist ein Schild, alles klar. Nee, Boxen ein- und ausfahrts, ey, gut. Ich habe mich gerade auch im Training also auf dem zweiten Platz in den Zimmer, ey. Na, guck. Ach, scheiße, am Arsch. Für mich war es das der zweite. Jetzt bin ich schon wieder vierter. Die eine Kurve da, die, wenn das da nicht, oh man. Diese komische Steilkurve da. Ich hatte sieben Sekunden gut, ey. Da bin ich noch, bin ich noch im zweiten, äh, zweiten geblieben, ey. Hier ist diese scheiß Kurve, jetzt wo ich jetzt hier bin. Voll im Fall verkackt, ey. Mann, die hat eine gute Zeit. So, gucken wir doch mal rein. Ja, finde ich Pech, aber ich werde da auch noch gekippt. Ja, Alter, bist du noch schwanger oder rettet ihr noch irgendjemand den Arsch? Yay, Ausflug. Ja, mein Gott, ey. Und in die gewohnten Zeit? Nee, 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 nee. Da dreht sich die, aber letztes Leben ist für mich die Karin, wie die CD die Wecke dreht dann, Alter. Mann. Nicht mehr zu retten. Da kam ich zu spät drauf. Bottas fährt raus. Ja, kurz wieder ab, ist mir jetzt auch Wumpe, Alter. Kannst du mich mal... Reutz, können wir nächste Runde Kurve, fucking, 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 heck. Ja, ja. Okay, Lothra, damit das Wetter nicht besser. Wenn du deine Reifen durch hast, kommt rein für einen neuen Einsatz gegen Reifen. Ein bisschen Zeit in Trockner. Ja, zweite Trockner, hört sich immer gut an. Schöne Kurve von Ricciano, mal gucken. Ach, Alter, ganz ehrlich. Stell gleich die Karre ab, schmeiß den Schlüssel weg und geh nach Hause. Ach, scheiße, das ist noch Training. Was rege ich mich eigentlich auf? Scheiß drauf. Ja, das habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, aber gut. Ach, nee, ehrlich? Lothra, kannst ja lustig sein, ey. Wird ihr das gedacht? Ja, einer von euch beiden muss ja noch gute Laune haben. Box und Stopp. Ich fahre aber auch nicht nochmal raus, für mich war's das. Diese Scheiße habe ich keinen Bock hier im Regen, das ist mal voll für den Horst. Oh, weißt du, Horst. Bin ich 6. Und dabei 3.5. Nee, 19. Moment noch. Ja, dann warten wir noch bis her von uns in der Burgsegens. Bis jetzt liegt unsere beste Runde. Und auskriege, jetzt habe ich gute Zeit. Ja, ach, egal. Die 60. Und dann gucken wir gleich mal, wie das im Trocknen abgeht. Wo willst du denn hier in die Box rein? Dauert noch. Jetzt gleich. Aha. So, dann müsste er jetzt gerade angefahren kommen, da ist er. Ui, 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 ui. Ah, na, 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 na. Boah, ich komme mir vor, ey. Was hört das mit dem Regen über die Kruppe, Saates Kopfhörer, äh, es hört es kommt schon irgendwie realistisch rüber. dem das jetzt gerade mal so war ich denke das kommt echt schon krass von 5.1 da kommt das bisschen richtig geil dieses plätschern da wie es dann auf dem helm zimmer diese tropfen einschlagende bomben heute geht nach vorne ja das wird immer weiter zurück geschoben du blöder hat er meine zeit unterbomben 158 und ich wusste aber dass eben nichts geht deswegen ist das sowieso halte 151 ich war das schnellste im ersten sektor so das war's jetzt auf jeden fall bis nachher heute hier sehen uns im qualif an schau so